Hallo und willkommen zu einer neuen Comic-Empfehlung des US-Comic-Versands Harald Grimm. Ende April 2011 wird in Deutschland die Thor-Verfilmung von Kenneth Branagh in die Kinos kommen. Ist es da nicht an der Zeit, die ersten Comic-Abenteuer des mächtigen Thors kennenzulernen? Heute präsentiere ich Essential Thor-Band 1 von den Textern Larry Lieber, Robert Bernstein und Stan Lee und den Zeichnern Jack Kirby, Joe Sinnett und Don Hack. Die Essential-Ausgaben von Marvel präsentieren die bekanntesten Marvel-Helden und ihre Abenteuer in purem Schwarz-Weiß, dabei beinhaltet jeder Band zwischen 500 und 600 Seiten. Während seines Urlaubs in Norwegen geht Dr. Donald Blake den Gerüchten nach, dass Außerirdische auf der Erde gelandet sind. Nachdem er von diesen Eindringlingen entdeckt wird, versteckt er sich in einer Höhle und dort entdeckt er einen alten Holzstock. Als er diesen gegen einen Felsen stößt, wird er in den legendären Helden Thor, dem Gott des Donners, verwandelt. Und eine Legende wird wiedergeboren. Mit seinem Hammer Mjölnir verteidigt Thor Midgard. Und egal ob er gegen die Stoneman von Saturn kämpft oder als sein alter Ego Dr. Donald Blake Leben rettet, bringt Thor eine majestätische Größe in das Marvel-Universum, wie sie vorher niemals zu sehen war. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen.